Die Interliving Sofa-Serie 4254 ist ein planbares Polstermöbelprogramm. Dank des umfangreichen Typenplans, der großen Auswahl an erstklassigen Stoff- und Lederbezügen in verschiedenen Farben, sowie mehreren Fußvarianten aus Holz oder Metall, können Sie Ihre Wohnlandschaft individuell zusammenstellen und gestalten. Die Modelloptik, die sich aus der Kombination des Armteils mit dem Rücken ergibt, ist exklusiv für Interliving. Zu den optischen Highlights der Serie gehört überdies die aufwendige Doppelnaht, die wahlweise Ton in Ton oder in Kontrastfarbe umgesetzt wird. Die Sitzfläche ist preisgleich, glatt oder mit einer markanten Sitzsteppung erhältlich. Darüber hinaus steht Ihnen die hochwertige Polsterung in zwei Sitzhärten zur Wahl, mit Federkern oder als weicherer Softsitz. Die Sitzhöhe beträgt je nach Wunsch ca. 43 oder 46 cm. Sie erhalten Ihre bevorzugte Couch mit einer komfortablen Sitztiefenverstellung. Gegen mehr Preis sind zudem die Verstellbarkeit des Kopfteils und die Klappbarkeit des Armteils realisierbar. Des Weiteren ist bei Bedarf eine maßgenau-Fertigung im 10 cm Raster möglich. Die moderne Interliving Sofa-Serie 4254 trägt das goldene M und gewährt 5 Jahre Herstellergarantie. Mit dem passenden Interliving Sessel 4530 können Sie den Entspannungsbereich in Ihrem Wohnzimmer harmonisch abrunden. Interliving – Möbel für mich gemacht.